Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Kunstmuseum Ahrenshoop Die Opernale gastiert am 19. September im Museumskarten des Kunstmuseums Ahrenshoop. Es ist eine Musiktheater-Uraufführung über die wiederentdeckte Greifswalder Komponistin Luise Greger. Unter dem Titel Luise Greger eine Pommersche Gans tauchen die Zuschauer in die Lebensgeschichte der 1944 verstorbenen Komponistin ein. Die Protagonistin der Uraufführung ist 82 Jahre alt und versucht intuitiv ihrem Schicksal in der psychiatrischen Landesheilanstalt von Hessen zu entkommen und somit ihrem Tod. Eintrittskarten sind für 25 Euro beim Kunstmuseum Ahrenshoop erhältlich. Der gemeinnützige Verein Opernale e.V. wurde mit dem Zweck gegründet, die darstellenden Künste in MV zu fördern. Dimmort через 4 Jahre alt und es gibt mit dem Zweck gegründet, die in den Künste in baganlustin für die Mitte der Tatmache ist am 19. September im Webinar.